Hallo und herzlich willkommen zum Video Tutorial Tastschreiben im Internet. Ich habe hier eine tolle Seite gefunden, die nennt sich schreibtrainer.com. Hier kann man auf den deutschen Schreibtrainer klicken und man muss sich hier nicht mal anmelden. Hier klickt man einfach auf freies Üben und hier habe ich einige Lektionen, die ich hier frei üben kann. Ich kann mir hier was aussuchen. Hier oben sind natürlich erst nur die Grundstellungen und die Buchstaben aufbauend und je weiter man hier fortschreitet, hier scharfes S, B, N hat man dann alle Buchstaben erarbeitet und hier hinten kommen dann die Übungstexte. Hier Lektion 54 sind wahrscheinlich die letzten Buchstaben und ich mache jetzt einfach mal einen Abschreibtext auf. Ich klicke hier auf diesen Pfeil und hier geht dann ein entsprechendes Feld auf. Hier wird mir angezeigt, einmal die Tastatur, die entsprechenden Farben, um aufzuzeigen, welcher Finger ist für welche Taste zuständig. Ich habe hier Anschläge oder einen Anschlagszahlzähler, der mir sagt, wie viel habe ich richtig angeschlagen, wie viel falsch, wie viel muss ich noch schreiben, wie viel habe ich schon, die Zeit, die Schreibzeit und wie schnell ich in 10 Minuten bin. Wenn ich jetzt mal beginne zu schreiben, das Klima im Mittelmeerraum, habe ich hier schon einen Fehler. Hier sieht man also, ich habe 28 Buchstaben richtig geschrieben, einen falsch und ich hätte jetzt noch 300 Anschläge. 28 habe ich schon. Bis jetzt habe ich die Note 6, aber das ändert sich, weil das jetzt praktisch ein vorausberechnender Durchschnittswert ist. Ich habe ja noch nicht viel geschrieben in 10 Minuten und die Schreibzeit beträgt jetzt erst 63 Sekunden. Hier ist immer noch ein Tipp angegeben, du schreibst zu langsam. Ich schreibe jetzt auch gar nicht und finde, dass das eine ganz tolle Seite ist.